Okay, ich bin gespannt. Was ließen die USA im Luftraum von Afghanistan für die Kinder abwerfen? Der Tobi findet, es waren Uranstäbchen, damit die Fliegerbombe auch im Dunkeln trifft. Oh, sorry. Oh, Gott. Sorry. Wer war das? 100 pro, Tobi. 100 pro. Tobi, schämst du dich eigentlich ein bisschen? Ich habe keine Ahnung, was heute los ist. Es ist einfach alles so furchtbar. Alter, jetzt leuchtet der Arsch auf die ganze Zeit. Entschuldigung. So, das war schon fertig, Alter. So, wer jemand guckt da hin? Wer jemand guckt da hin? Wer? Also wer? Oh, ein Bild von... Was? Ich wollte gerade aus Spaß sagen. Oh, ein Bild von mir. Ja, offenbar haben wir nicht nur den Nachfolger bei Kickstarter unterstützt, sondern wahrscheinlich auch Pinstripe. Es sind inzwischen so viele, die wir unterstützt haben. Ich weiß es gar nicht mehr. Eine sehr aggressiv aussehende Mann ist... Gronkh, bist du aggressiv? Bist du aggressiv, Gronkh? Ich bin aggressiv! Noch einmal drehen, dass sehr aggressiv aussehen... Oh, schön. Entschuldigung. Ich muss gerade lachen, weil ich damit nicht geregnet hätte. Das ist anders lustig. Ähm, Entschuldigung. Alles klar. Ähm... Wir haben immer noch den Tod, den wir mit uns rumschleppen. Können wir die Zauberfalle vielleicht hier? Das ist ja Feuer. Ahm... Nein, ein Pentagramm ist nicht von Harry Potter geklaut. Mann, Leute! Das wird aber langsam bedenklich, eure Aussagen. So, Pentagramm ist nicht von Harry Potter geklaut. Harry Potter bedient sich der Mythologie. Und das macht es auch ganz gut. Pass auf, also du und ich, pass auf, äh, hier drüben. Ja! Also geil, Alter! Let's go! Ähm... Hä? Hä? Die sind beide müde, deswegen schlugen die da jetzt so hin. Was ist denn hier los, Alter? Das ist das Techtelmechtel, oder was? Aber wir haben 10 von 10. Was hier... Ist hier noch Techtelmechtel, oder nicht so? Verabredung abgeschlossen. Wo ist denn das Techtelmechtel? Wir wollen das... Das ist doch nicht... Wo ist denn das jetzt? Wann geht's denn los? So. Ich schwöre, das läuft anders. Das habe ich so nicht in Erinnerung, Alter. Ich hatte 22 Karten und davon war nur eine Pluskarte. Ich war nur noch zwei Karten. Drei Karten. Vier Karten. Du Arscher! Hörterweg! Ich hause dich. So, und jetzt... Oh, nein. G, S, N... Wir brauchen noch... Wir brauchen noch ein S. S wie Siegfried. Wir brauchen noch eine Klaviertaste für S, glaube ich, ne? Hier fehlt die S-Taste. Geil! Okay, es ist jemand von euch hier unten, ne? Nö. Das ist eine sehr unspannte Runde. Was hast du davon? Ja, mir doch egal. Nein, das ist... Höhöhöhöhö! Jetzt ist da die Boxer-Palme. Geh du mal vor. Mein Sohn wird nicht springen. Ah, sehr interessant. Ach komm, Curry fick dich. Erik, was machen wir jetzt? Hallo, 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 hallo. Hilfe, Hilfe. Höhöhöhö! Höhöhö! Höhöhö! Ah! Ah! Bei mir ist Curry gerade in die Luft geflogen. Ja, bei mir auch. Ja, das ist bei mir halt auch mega verzögert, Alter. Oh nein. Er ist geschlossen. Er ist offen. Weiße Einsicht. Toll, danke für diese Errungenschaft. Schön, danke. Tobi, erst mal dran. Du bist ganz nah am Curry dran. Ich hoffe, ich treffe dich jetzt nicht. Was? Was hab ich... Was hat... Ah, fuck. Wie kann man so viel Schwein haben? Wie der Kleveboi. Oh, ja, gut. Wow. Ist doch voll kacke. Ist das mies. Ist das mies. Ist das mies, Alter. Ist das mies, Alter. Aber ich will jetzt gar nichts machen. Oh, du Arme. Denn es macht bum bum bum. Bengel bum bum bum. Du hast dein Herz aus Schoko. Cola. Manchmal frage ich mich, wo der Curry immer so hingeht am Wochenende. Kennt ihr die Flippers? Objekte. Hä, die sind doch alle von Harry Potter geklaut. Ist das... Okay. So, hier sind Rosen. Die sind von Harry Potter geklaut. Ronald Billius Weasley hinterlasse ich meinen Deluminator. So, hier vorne. Was ist das denn hier? Gandalfs Besenstiel. Hä, der Besenstiel ist doch Harry Potter. Das ist doch ein Nimbus 2000. Das sehe ich doch sofort. Ähm... Entschuldigung. Ich muss es einfach immer wiederholen. Weil es einfach so schön ist. Was kann der? Äh... Was ist das? 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 Ich habe keine Ahnung... Ich habe mich nicht gerne noch mal in den Eindruck. Ich habe mich nur... Ich habe mir geschraben. Ich habe mich nur auf Geräusche gefunden. Und ich habe noch einen kleinen Punkt. okay also ich glaube ich habe früher nicht fast ja ohne das viertel das ist nur eine brennnessel ach so natürlich habe ich die ganze zeit ja klar noch einstecken Oh mein Gott, Hilfe! Boah! Ehrige Seiten, lower! Nein! Ja! Alter! Das ist nicht euer Ernst! Der beste Sieg der Welt! Der beste Sieg der Welt! Oh! Oh! Das ist doch nicht Ihr Ball! Nein! 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 Ich hasse alles! Mein Leben ist Scheiße! Fick die Hände! Konzentriere dich, konzentriere dich! Nee, ich komm hier nicht hoch. Doch, du kommst doch hoch! Ja, Bravo! Oh, Mitleid-Applaus! Okay, Pan, wieder blau! Schnell, leg! Okay, alles klar, hier hast du blau! Alles klar, nice! Ja, nice, Gobi! Richtig guter Speedrun! Richtig geiler Speedrun! Das ist doch der Hammer, Mann! Was? Nein, nein! Nein, nein! Curry, Speedrun, komm! Komm, Curry! Alter, was ist das? Das ist ganz schwer! Was ist das für eine Runde, Alter? Das ist die Murderrunde! Ich will nicht, ich will! Curry, Curry, aber Curry! Curry, mach eben was, Curry bitte! Curry bitte! Was? Okay, das war's! Okay, das war's! Okay, also ich bin jetzt, ich bin optimistisch! Wir schaffen das! Hör auf zu labern, Mann! Inneres Kotzend! Nein! 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 Das darf nicht wahr sein! Blablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablabla! Das war ein fucking Zweig! Das war ein fucking Zweig! Oh, da liegt ein Turm! Boah, Alter, ich kotze langsam, ich kotze langsam, mit einem Strahl! We're running out of time! Also, das ist mein jetziger Jäger, der ist auch sehr sexy. Ich finde, meiner ist auch super. Ich nenne meinen Togen. Mann! Ich würde sagen, dass meiner aussieht wie Erik. Ey, ey, ey! Du Arschloch! Meiner sieht aus, als er gerade aus dem Wasserpark von Disneyland gekommen. Keine Ahnung. Meiner will Zauberer werden. Hä? Die sind doch alle von Harry Potter geklaut. Boah, wisst du, was jetzt geil wäre? Ein leckeres Duplo. Was denn? Ein leckeres Duplo. Ein weißes oder das mit, äh, das mit, äh... Es gibt doch jetzt auch, glaube ich, Duplo mit, äh... Ehrlich, ehrlich gesagt, das ist mir egal. Beim Duplo kommt es mir nicht auf die Hautfarbe auf. Och, jetzt hat es. Boah, ich sage mal, Markus, ich habe ein scheiß Duplo. Es gibt, glaube ich, Duplo mit Kokos jetzt. Ich bin mir auch nicht sicher. Oh, ja, oh, das will ich... Oh, ich weiß es. Aber wenn es das nicht gibt, wäre es eine echt geile Idee. Das heißt, bau die jetzt. Das ist okay. So, okay, okay. Tobi! Jawohl! Ne, manchmal liegt er auf und auf die Schindel. Alles geht gut. Alles geht gut. Auf das Gefühl, bei manchen Schlägen darf man da nicht hin springen. So. Oh, oh, Alter. Jetzt ist Tobi sauer. Tobi, du bist mein Bruder. Bitte hör auf. Oh, Tobi! Tobi, nice! Nice, Tobi! Okay. Das macht es jetzt nicht hin. Ähm. Oh nein, Mann, ey, Bahn. Nein! Entschuldigung. Zu gut. Ich bin zu spät heute. Einmal treten, wenn die nicht geht. Alles klar, Zwerg treten. Gut. Curry treten den Zwerg. Ich weiß nicht, ob es eine gute Idee ist. Was passiert hier gerade? Problemscheune lesen. Schön. Das war ein super Auftritt gerade von Curry. Schön. Nochmal. Mal. Musik Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020